Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2 ja wir müssen erstmal mit einer anderen Waffe weitermachen, ja da unser schönes Schwertchen ja defekt ist und wir nicht genug Seelen haben das heißt wir müssen jetzt erstmal zu unseren Seelen kommen hoffe ich, dass wir das auch schaffen scheinen mit diesem Schwert etwas schneller zu sein, kann das sein? das waren so viele Seelen, ey ich hoffe ich sterbe jetzt nicht auf dem Weg, Alter das ist dieses das waren so viele oh guck mal die da sind tot gucken ob sie auch beide tot sind ja beide tot sehr schön wieder zwei weniger ey, macht auch nix, ne hat nur ne Fackel in der Hand und steht sich ein Blüter so zum Glück ist der Schaden jetzt nicht so viel geringer treffen muss man natürlich jöhö jöhö ich lehne nicht an, wie sieht der Blüter ah wieder in die scheiß Ölkacke ja, hier war ja auch noch was so ich hab da reingeguckt und krieg ich den hund von hinten, also doggie style die hätten wir jetzt noch weit bis zu unserem ziel noch sehr weit leider so, ja, können wir ja auch mal töten ohne getroffen zu werden ist ja auf jeden Fall erstmal ratsam, ne? so, auch du musst sterben ramponierte Stoffkapuze, ja, bringt's bestimmt voll stimmt besser als unser Helm Beste, was gibt Mist jetzt haben wir nur die scheiß Blutung abgekriegt weil ich nicht schnell genug weg war die Blutung haben wir weniger aus, da war ja ach komm, da sind die schönen Seelen weg man, das kotzt mich immer an und ich kann die Waffe immer noch nicht reparieren dadurch, dankeschön leck mich nervt nervt, nervt, nervt aber extrem ach, dieses Kackspiel ich sollte demnächst wieder einfache Spiele spielen oh, der oben kommt auch nicht mehr der hier unten auch nicht gut der hier auch nicht aber der Hund der da müsste aber noch der kommt auch nicht mehr aber der hier Wahnsinn Wahnsinn so, der Hund kommt ah, wieder Öl die müssen auch noch kommen genau warum kommt der Hund eigentlich und der alte nicht so auch das ist erledigt Mist so, nehmen wir uns wenigstens mal die paar Seelen hier irgendwann kommen sie halt alle nicht mehr wieder und da arbeiten wir ja drauf hin dass hier nichts mehr wiederkommt denn wenn nichts mehr wiederkommt gibt es auch keine Bedrohung mehr und wir kommen hier locker durch ja so sieht es nämlich aus was aber schwer wird weil wir selten so weit kommen so fallen die die wir zu zweit kommen da drinnen werden wieder nervig ramponiertes Stoffgewand ja ist jetzt bestimmt auch nicht so viel besser ich könnte natürlich versuchen da lang zu gehen da war ich doch eh schon mal ne da war ich mir nämlich die beiden da erstmal natürlich Gegenstand aufnehmen ja was war das ja hier waren ja zwei von denen der lebt noch fuck boah werger ärmel auch nicht besser von daher wuscht woher nix was nicht besser ist als das was ich schon habe das wäre ja der Blödsinn so dann kamen wir hier lang ne dann da hier rein und da unten kamen noch dann die zwei genau für die ich keine Pfeile mehr habe warte so ich habe noch sechs davon so Pfeile alle so 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 easy peasy Ist mal die Tür offen hier. So, da war der. Jetzt nicht mehr. Dann kam mir da der Heinz. Heinz im Glück. Pacht mal auf. Auffassend, dass wir nicht fallen, ey. Dann kam mir noch irgendwo einer. Genau der da. So, aber Seelen kriegen wir schnell zusammen. Warum bin ich hier auf Menschenbild? So. Komm, noch mehr. Genau der da. So, dann ging es hier rein. Und da lautet doch der Tod hier. Genau, die Vergiftung. Aber. Oh Gott. Soll ich denn da durchkommen? Schön. Mist. Boah, die dauert auch noch so lange, die Vergiftung. Alter Schwede. Oh ne, ist schon wieder vorbei. Komisch. Egal, nehmen wir mal Flakon. Über 7000 Seelen. Oh, da ist noch eine Kiste. Okay. So, wo geht's jetzt weiter? Ich vermute mal da unten. Ne, hier geht's runter. Oh, dann kommt wieder sowas. Und jetzt. Hier sind natürlich wieder 2. Nein. Lebt noch. So. Auch tot. Was wartet hier schon noch auf mich? Nix. Okay. Das ist ja mal eine nette Überraschung, dass man nix auf mich wartet. Aber hier noch bestimmt. Wo komme ich denn da ran? Von unten oder was? Und wie komme ich dann wieder hoch? Da hinten. Ah. Ich sehe schon. Ah, Lebenstein. Zwei Stück gleich. Aber ich komme auch hier wieder hoch. Hihi. Ich brauche mir den da unten nämlich. Bin ja nicht blöd. Wo ist jetzt lang zu gehen? Schlauer. Irgendwas muss doch hier sein. Ich bin ja nicht. Ach hei je. Okay. Boah. Gut. Die haben wir. Waren ja auch nur drei. Also gehen wir jetzt hier lang. Der kommt doch garantiert noch. Jawohl. Alter. So nicht. Was hiermit? Umstoßen. Ah. Okay. Das könnte jetzt eine Abkürzung sein, hoffe ich. Klingt wie Siegmeyer. Halt die Frösse. Dann leck mich. Du Arsch. Kein Interesse an mir hast. Penner. Voll der Rassist. Da habe ich keine Magie. Da mag ich mich nicht. So und ich glaube. Irgendwo. Sollen wir langen, wo wir noch nicht lang gegangen sind. Aber wir haben jetzt eine Abkürzung auf jeden Fall. So wir sind hier noch nicht so wirklich lang. Das war es dann aber auch an Sachen, wo wir lang können. Hier kommen ja noch ein paar Hunde und der da. Er zieht sich doch mal irgendeinen Hund an, Junge. Oh Gott. Oh Gott. So. Da. Wir müssen auch noch mehr sein. da oben hier ins Namen sind Soldaten hinten im Eck ist nix da ist noch der Birken-Schitz oh 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 jetzt ist oh fuck deine scheiß Mutter alter Junge, Junge, Junge ist das scheiße Mann das muss doch irgendwann mal klappen hier das gibt's doch nicht das ist nämlich die nächste Waffe hier in Gefahr oh ey da weißt du nicht mehr weiter, ne das ist sehr nervtötend aber vor allem ich habe dich vergessen, Junge sollte ich vielleicht mal die Wurfmesserchen haben wir jetzt auch schon elf mit einbeziehen diesmal wieder da lang versuch's mal mit dem Wurfmessern zu richten der Hund lebt ja noch genau den schnapp ich mir nur noch da war nicht mehr aber das ist das ist nicht mehr das ist nicht mehr aber das ist Da Hopp, du Schwuli Oh Oh, Junge Fick dich, Mann Oh Was ist denn das für ein Scheiß jetzt Komm ich überhaupt nicht mehr ran, ey Junge, Junge, Junge Leck mich doch am Sack Ich hasse dieses Gebiet Ich hasse dieses Spiel, ich hasse alles hier Mann Da muss doch noch irgendwas sein, ey Irgendwo muss doch hier weitergehen Mit dem Scheißspiel Kotz mich dran, ja So, hol ich mir wieder die Basilen Der da eigentlich noch Müll Hm Huch ich mir wieder die Pfiffis hin zu ran Die kommen mir aber erst, wenn der da kommt Ah jetzt, Alter Das ist scheiße, weil die alle gleichzeitig angreifen Alter, ich Boah Junge Ich hasse das Spiel so sehr Wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss